Die Industrie- und Handelskammer Reutlingen hat jetzt die Besten der Sommerprüfung in der Stadthalle Balingen geehrt. Kabarettist und Lebensläufer Dieter Baumann war genauso dabei wie der Geschäftsführer der IHK, Christian O. Erbe. Dieser ermutigte die Azubis, lebenslang zu lernen und sich stets fortzubilden. Baumann indessen erzählte von seinem Olympiasieg und wie er diesen erreicht hatte. Auch versuchte er den Azubis mitzugeben, wie sie ihre Ziele erreichen könnten. Er und Erbe wünschten den jungen Berufsanfängern viel Erfolg beim Start in den neuen Lebensabschnitt.